Sie kommen zur Reizverfüllung? Mein Name ist Martin Liefer, ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Heiz mit Holz. Förderbedingungen sind momentan optimal. Wenn man etwas macht, muss man es jetzt machen. Dann läuft das Material weiter in der Zeitpunkt, wo die Wärmetasche kommt. Können wir wieder hinten zur Düse? Also da noch hinten zur Düse? Die Möbel sind noch vier. Ich möchte immer auf eine Kesseltemperatur von 83 Grad kommen. Das ist ein Setz. Da haben wir ein sehr feines Material. Und das feine Material wirklich so schichtweise. Einmal Hackschnüssel, dann wieder zwei Scheinwerker, dann wieder einmal Hackschnüssel. Da haben wir jetzt am Anfang der Produktion von den Kesseln. Alle Kesseln, die die Druckprüfung jetzt geschafft haben oder geschlossen worden sind und soweit fertig sind, können wir jetzt dann hinten raus sehen. Da haben wir jetzt unsere Steinefertigung. Und das Schöne ist, wenn ihr einen alten Kessel von uns habt, der wo 35, 35 Jahre alt ist, dann haben wir da hinten auch noch irgendwo die alten Formen drinnen. Da ist jetzt diese Endmontage. Da bauen sie so ein Stück Holzbügel zusammen. Da haben sie einmal die Paletten mit der Verkleidung. Und dementsprechend nehmen sie dann die Teile.